Musik Beim Wahlplakat muss es klick machen, habe ich mal gehört. Klicken muss es machen, deshalb reicht es mal ganz kurz etwas zu sagen. Mark Schulz hat gesagt, mit Mark geht das. Können wir uns nicht so stehen lassen. Aber vielleicht sagst du uns nochmal, was geht denn, Herr Schulz? Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben in dieser Stadt unglaublich viele kreative Ideen, Projekte, Organisationen und Vereine, die sich einbringen, Utopia Stadt oder auch Urban Gardening etc. Wahnsinnig viele Engagierte. Wir haben auch Menschen, die sich in die Politik mit einmischen wollen, mit eingebunden werden wollen. Und ich glaube, dass das ein Potenzial ist, das diese Stadt hat, dass wir unbedingt noch stärker als bisher fördern müssen und dass wir auch einfordern müssen von den Leuten, wenn es um politische Entscheidungen zum Beispiel geht. Und wir hören immer wieder, ich bin ja seit elf Jahren Mitglied des Rates, ob jetzt von Herrn Jung oder von Herrn Dr. Slavik oder von den großen Kooperationsparteien, das geht nicht oder das ist alternativlos. Das können wir uns nicht leisten, das können wir nicht machen. Und die Aussage meines Plakats ist, mit Marc geht das. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir all die Potenziale, die wir haben in unserer Stadt, auch einbinden. Ich möchte gerne ein Oberbürgermeister sein, der nicht an der Spitze dieser Stadt steht, sondern in ihrer Mitte und das soll dieses Plakat auch sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.